Stegemann, die übrigens ein Länderspiel für Deutschland bestritten hat, und zwar an der Konsole. Jetzt gibt es vielleicht die Möglichkeit hier, 1 gegen 1 Situation, die Verteidigung hat schnell und das 1 zu 0 für Deutschland. 1 zu 0 für Greta. Greta Stegemann, SC Freiburg, Innenverteidigerin. Sehr schöne Erinnerung, also das Stadion war voll, fast 20.000 Zuschauer. Das Ergebnis ist mir leider nicht ganz so gut in Erinnerung geblieben, aber wir haben ein gutes Spiel gemacht und sind sehr stolz darauf. Ich glaube, ich verbreite viel gute Laune und sorge dafür, dass die Stimmung immer gut ist. Gerade auch, weil ich in der Kabine oft DJ bin und dadurch durch die Musik gute Laune verbreite. Bei uns läuft alles gemischt. Also man muss immer so ins Team reinhören, wie so die Stimmung gerade ist. Aber von Schlager über Pop, Rock, eigentlich alles. Bisschen durch die Welt reisen, in andere Kontinente und Länder, die man so jetzt noch nicht gesehen hat. Ich würde gerne mal so Fallschirmsprung machen. Und warum hast du dich bisher nicht geträumt? Also es gab noch nicht so die Gelegenheit dazu, aber da hätte ich schon Bock drauf. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.